Um nun einen weiteren Verlauf hinzufügen zu können, drücken Sie wieder auf den Button Verlauf. Es öffnet sich die Eingabemaske einer Verlaufsmeldung. Im oberen Bereich haben Sie nun auch wieder die Tumorzuordnung, die Ihnen sagt, zu welchem Primärtumor Sie nun eine Verlaufsmeldung hinzufügen und im unteren Bereich müssen Sie wieder die Angaben zum Verlauf eintragen. Wählen Sie also nun den passenden Meldeanlass, zum Beispiel Statusänderung. Geben Sie an, ob der Patient bei Ihnen einen Widerspruch eingelegt haben oder ob der Patient informiert wurde durch Sie oder den Diagnose stellenden Arzt. Falls Ihnen dazu keine Informationen vorliegen, können Sie das Feld Zertifizierung auch freilassen. Füllen Sie wieder das Feld Zertifizierung aus, sofern Ihnen die Informationen vorliegen. Wenn Ihnen keine Informationen vorliegen, lassen Sie das Feld Zertifizierung bitte einfach frei. Bei dem Feld eigene Leistung fragen Sie wieder ein, ob Sie die Tumornachsorgeuntersuchung durchgeführt haben. Bei dem Felduntersuchungsdatum geben Sie bitte das exakte Datum der Nachsorgeuntersuchung an. Füllen Sie nun die Tumorstatusangaben Gesamtbeurteilung, Tumorstatus Primärtumor, Tumorstatus Lymphknoten, Tumorstatus Fernmetastase und den allgemeinen Leistungszustand zum Zeitpunkt der Nachsorgeuntersuchung aus. Drücken Sie auf den Button Prüfen. Wenn Ihnen der Status gültig angezeigt wird, können Sie die Meldung nun speichern und an das Krebsregister übermitteln. Sie haben aber auch jetzt die Möglichkeit, beispielsweise zu dem hier genannten Lokalrezidiv weitere Angaben in der Verlaufsmeldung hinzuzufügen, wie zum Beispiel eine neu erhobene Histologie oder einen neu erhobenen TNM. Weitere Klassifikation, genetisch erhobene Marker oder, sofern möglich, Angaben zum Modul allgemein. Wenn Sie keine weiteren Informationen zu dem hier dokumentierten Rezidiv vorliegen haben, speichern Sie die Meldung ab und Sie landen erneut in der Tumorhistorie des Patienten. Übermitteln Sie nun die gültige Meldung und bestätigen Sie dies. Und Sie sehen, nun haben Sie hier zwei Verlaufsmeldungen. Wenn Sie nun auf die Übersicht wechseln möchten, um weitere Patienten erfassen zu können, drücken Sie hier oben links auf den Button Übersicht. Sie landen nun wieder auf der Startseite des Melderportals. Sie können jetzt über Patient erfassen einen weiteren neuen Patienten erfassen oder, falls Sie bereits Patienten erfasst haben, diese über die individuelle Patientennummer aufrufen und durch Klicken auf Bearbeiten aufrufen. So können Sie die Tumorhistorie des Patienten jederzeit weiter bearbeiten.